Das Objekt unserer Begierde, unserer Reise in die Busta, ist der Triel. Unser ungarischer Freund hat ein Gelege dieses selten und scheuen Vogels gefunden. Um diese Aufnahmen machen zu können, wurde das Zahnversteck drei Wochen vor Drehbeginn in einem Abstand von 100 Metern aufgebaut und dann nach und nach immer näher gerückt, so dass wir nun in die großen gelben Augen des nachtaktiven Vogels sehen können. Vor unserem Versteck sucht der Wiedehopf hektisch nach Nahrung für seine kleinen Jungen. Wie aus dem Nichts erscheint der Partner des brütenden Triels und nähert sich dem Nest im Stechschritt. Wir erwarten eine Brutablösung. Wie aus dem Nichts erscheint der Wiedehopf hektisch nach Nahrung für seine kleinen Jungen. Wie aus dem Nichts erscheint der Wiedehopf hektisch nach Nahrung für seine kleinen Jungen. Wie aus dem Nichts erscheint der Wiedehopf hektisch nach Nahrung für seine kleine Jungen. Kurz können wir das Gelege mit zwei Eiern sehen. Die Vögel verständigen sich durch leise Rufe. Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Nun gibt der brütende Vogel das Gelege zum Brutwechsel frei. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Untertitelung des ZDF, 2020